Ja, ich denke, ich patsche. Da das lange herumgetue, das nervt mich. Also nervt mich, ich sage das nur, es nervt mich nicht. Einfach so als guter Spruch, oder? Ich weiss es auch nicht, wie man das ausdrückt auf Hochdeutsch, dass jeder mich versteht was ich meine. Das sagt man schon auf Schweizerdeutsch etwas anderes. Ja, ich gehe mal rauf. Wow, wahahahaha, geht es noch? So. Okay. Ich bin damit nicht so zufrieden. Warte mal. Ich habe immer noch das letzte Gameplay in den Knochen, als ich schrecklich versagte. Mann, die nervt. Die muss weg. Boah, ich sehe nichts mehr. Okay. Gut, wenn sie hier auch spawnen, dann bin ich am Arsch. Wäre schon so. Auspacken. Was für ein Grohl ist das? So, jetzt sind sicher einige gestorben, oder? Ja, das sind alle gestorben. Noch zwei, drei Kriecher vielleicht, aber sonst. Okay. Uh, wow. Nice, Baby. Da hast du es. Hey Mann, der stirbt nicht. Hoho. Oh nein. Ah, das ist eben mein Problem auch. Ich habe viele Probleme, ich weiss. Nein, ich meine, hey, geh weg da. Was ist da los? Vor meiner Fresse hier. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Man überlebt kaum. Man überlebt es kaum. Nein, mit dem Explodierzeug, da habe ich schon meine Probleme. Da bin ich schlecht. So Explodierblödsinn da. Ja, es war niemand mehr. Ja, das ist eben das Problem, wenn ich dann runtergehe von dort oben, bin ich schon angeschlagen. Ich hoffe die, die Weite nicht, wie, dass ich keine, wie soll ich sagen, keinen Schaden bekomme. Okay. So. Okay. Puh. Ich konnte mich irgendwie retten. Was haben wir denn noch hier? RPG, Granatenwerfer. Ja, also Granatenwerfer hatte ich eben letztes Mal schon. Den lassen wir jetzt bleiben. Weil ich kann ja da nur, äh, zwei Waffen tragen und die muss man noch zählen. Die ist sehr gut umzuspringen. Jetzt bin ich schon wieder, hier hat es mich letztes Mal gehabt. Genau. Puh. Okay, jetzt kann ich runter. Oder... So, ohne das... Ja, nicht schiessen, Junge. Okay. Jetzt gehe ich hier hinten. Und warte auf alle. Ich warte mit Bewegung auf alle. Puh. Puh. So, jetzt habe ich alle. Schnell weg. RPG raus. Und... Da klingt was. Moment. So, jetzt lächeln. Lacht er nicht mehr so blöd. Ah, das war das. Ah, nein. Nicht zu viel wollen. Nicht zu viel wollen. Ja, ich muss es trotzdem noch versuchen. Ja. Ja. Sehr schön. Hey, geh weg! Nein! Ge weg! So. Ah, er hat mir den Hals gekusset. Jetzt... Ja. Nein! Ah, jetzt ist gerade hintereinander Blödsinn gelaufen. Ah. Jetzt nervt es mich. Oh, bin ich fertig jetzt schon? Warte. Quick rüber. Ah, habe ich noch. Gut, jetzt habe ich mich geredet mit... Äh, mit Zombie. Wollte ich sagen. Mit, äh... Mit Affen. Ja. Aber das ist eben das Problem, die Langsamen. Wenn die... ...von der Trippe her zurückkommen, dann ist man am Arsch. Das ist schon so. So schön zusammen wollte ich sie nehmen. Ja, und dann dachte ich, ich könnte rauf. Ich hätte früher zurückgehen müssen. Der ist so schön in der Mitte. Ja, na, das passiert. Das passiert. Mann, jetzt komme ich wirklich nicht mehr so weit hier. Ich habe sehr lange nicht mehr gespielt auf der Stadt. Ist schon was anderes. Vor allem, weil es natürlich ein bisschen... Ja, dass man es schauen kann und es einem nicht langweilig ist, mache ich schon ein bisschen viel Risiko. Also nicht übertrieben, aber trotzdem... Ich meine, ich mache die lange Strecke nicht mehr. Wie schon immer. Sonst würde ich schon früher hier rauf gehen. Und letztes Mal hat es mich erwischt. Weil ich mit dem Zeug dann nicht so umgehen kann. Aber das ist ja die Herausforderung. Okay. Haben wir hier wieder... Ich muss immer auf Distanz gehen. Das ist das Schwierige für mich. Normalerweise kann ich einfach drauf los feuern. So. Okay. Ja, die schnellen, die habe ich gerne. Ja, und den Kuss will ich nicht. Auch wenn ich die schnellen gerne habe, aber das geht zu weit. Ja. So, so würde ich schon ein bisschen auf sicherer spielen. Oder immer schön die Runde machen, von dort nach hier und zurück. Aber das ist langweilig. Also langweilig. Nicht wegen bei mir zu spielen. Ich kann das schon machen. Das ist mir egal. Ups. Schon wieder riskiert. Es ist einfach langweilig, um das Zeug zu schauen. Denke ich mir mal. Ich habe das schon mal erwähnt. Wegen den Views, wenn ich da Parts mache. Also ich meine Parts... Oh, jetzt lagts wieder. Wenn ich da gewisse Parts mache. Also viel stärker als eine Stunde. Also viel mehr als eine Stunde meine ich. Dann ist das doch langweilig irgendwie. Darum mache ich jetzt... Die ganze... Wenn nicht mehr als eine Stunde zehn etwa ist. Dann mache ich alles aufs Mal. Dann mache ich keine Parts mehr. Weil die meisten schauen sowieso nicht mehr weiter. Äh. Ich denke besser ist schon so... Einfach so eine Stunde schauen. Macht sicher noch Spass. Aber alles was mehr eine Stunde ist. Denke ich mir ist langweilig für euch. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, oder? Ich meine... Er hat mir das nicht geschrieben. Ich will dann bleiben. Oh ikää... Auhh.. Etwas... Ein Moment... Ich muss nachladen. Moment... 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 Sooo... Ganz cool bleiben. Es dort hinten werfen. Hier messen. So, soll ich? Ja, ich schaffe trotzdem noch 24. Bin nicht wo gleich schlecht oder gut, oder wie man das auch immer sieht. Wie das letzte Gameplay, glaube ich, war ich auch noch 24. Weiss gar nicht mehr. 22, 23, etwas mehr als 20, das weiss ich noch. Oh shit, ist fertig. So, das ist das Risiko jetzt Retourinnen. Das ist einfach das Risiko. Und ich würde das auch ein bisschen spektakulär machen, damit man das schauen kann. Ansonsten ist doch das scheisslangweilig. So. So, und das Risiko ist auch. Hier Sponsi wieder neu. Oder auch nicht. Stirb, stirb, Frau. Sind da viele Herumkriecher. Okay, jetzt will ich. Obwohl sie spahnen, riskiere ich hier. Was? Es geht nur um die Unterhaltung und nicht wie gut ich bin oder wie schlecht. Oder was der Teufel was. Nein, ich denke, ihr versteht mich schon, oder? Was ich bieten möchte. Oh, jetzt kommen sie runter. Ich weiss, ich weiss, ich weiss. Schon ist jemand runtergekommen. Nein, erst jetzt. Wow, wow, ja, jetzt ist das Problemchen. So viele Schleicher. Mal schauen. Mal schauen. Oh, das ist schon ein Risiko. Von dort unten zu schiessen ist Risiko. Oh, warte. Was ist die Bahn wieder neu da unten durch? Ah, okay. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr. Oh, das ist zu nah. So, mal hier zu. Geht nicht zu, ist schon wieder offen. Ah, gute Idee, ich gehe hier entlang. Ja, das macht das ganze Zeug viel interessanter. Viel intensiver. Uh, jetzt bannt er hier. Genau, das habe ich gedacht. Jetzt bannt sie hier. Einfach drauf los schiessen. Von nichts wissen. So, jetzt will ich was wissen. Nein, jetzt dachte ich... Jetzt dachte ich hätte wieder Muni bekommen. Schade. Schade. Ja, mal schauen. Gut, der killt es auch nicht mehr. Ah, doch. Uh. Jetzt bin ich erschrocken. Wow, 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 wow. Ah, nicht getroffen. Jetzt aber. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Hilf mir, hilf mir. Mann, der verträgt da einiges. Schade, warte mal. Hey, geht's noch? So, jetzt krepiere ich noch, statt der. Kopfschuss. Hey, immer noch nicht. Ja gut, ich treffe ihn auch nicht. Jetzt habe ich es auch gemerkt. Jetzt aber. Ah, ich bin noch der Anfänger, wisst ihr. Schon so. So, okay. Ja, ich denke, ich bin schon jetzt weitergekommen. Das macht Musa und Celi schon aus, dass man noch ein bisschen schneller rennen kann und dann noch ein bisschen mehr Übung. Weil das bis, äh, das Gameplay da, das ich gemacht hatte, hat mir schon etwas Übung gegeben. Oh, oder auch nicht. Shit, jetzt bin ich wieder im falschen Ort. Oh, das mal ging es gut. Mann, kaum sage ich es, hey, schon passiert's. Ich weiss, ich war ein bisschen wortkarg dort noch. Nein, der gefällt mir hier gar nicht. Oh, die sind viel zu nah, viel zu Nami-Nami. Äh, das ist langweilig. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr, die wollen, dass ich sie RPG-le. Nicht fusioniere, sondern RPG-le. Komm, 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 komm. Die brauchen natürlich Extreme-Heh. Oh, etwas tönt hier unten. Warte, ich probier's. Ich probier's. Was gibt's? Ah, Bombe. Uuuuh. Uuuuh. Gut, die Bombe erreicht nicht mehr. Das ist schon klar. Aber dafür kommen sie wieder hier rein. Ich sehe gar nichts. Einfach drauf losballen. So viel wie nur möglich. Oh, die spannen ja schon wieder. Ups. Ja, die sind brutal viel. Jetzt mache ich hier ziemlich heisses Risiko. Wenn sie hier spannen, bin ich am Arsch. Zu viel hier spannen. Oh, ja, genau das meinte ich. Das ging jetzt mal gut. Aber wenn jetzt nochmals einer rausgekommen wäre, schneller rausgekommen wäre, wäre ich am Arsch gewesen. Hey, 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 hey. Es leuchtet und... Es tönt wieder hier unten. Ah, das Falsche. Ah, warte mal. Hier durch will ich. Genau. Ah, die sind im Weg. Weg mit euch. Weg mit euch. So ist gut. Jetzt spannen sie wieder. Ah, jetzt muss ich eben aufpassen. Jetzt kommen sie runter. Nein. Hä? Ja, ich bin wahrscheinlich ziemlich am Schluss vom Spahn. Oh, oh, muss aufpassen. Jetzt habe ich fast keine Money mehr. Seht mal das an. Um das geht es mir. Oh, mein Gott. Sind das viele. Was kann ich machen, wenn ich keine Money habe? Das habe ich vergessen. Äh, was soll ich machen? So, der ist kaputt. Was soll ich machen? Das ist eben irgendwie meine Sorge gewesen, denn, als ich angefangen hatte, habe ich ja ein bisschen langsam gespielt. Das heisst, viel mehr geschaut, dass sie zusammenkommen. Munitionsparn habe ich euch noch gesagt. Und genau das meinte ich. Ich wusste, irgendwann wird es knapp. Aber natürlich nicht am Anfang, das ist ja schon logisch. Ah. Was wird das, wenn ich das nochmals punche? Ah, kann man ja nicht. Ja, das ist jetzt das Problem. Jetzt bin ich blank. Dank. Darum wollte ich auch bei drei und vierundzwanzig ein bisschen schauen mit den Affen. Ups. Nicht lecken. Wegen den Affen. Darum habe ich die Affen geschmissen, weil ich immer wieder gehofft habe, es sind, äh, es ist Muni. Ich bin nicht gesprungen, sonst wäre ich kaputt gewesen. Ja, ich muss die wieder sammeln. Ich muss das Risiko hier aufnehmen. Hoffentlich kommen sie nicht aus dem Fenster. Sonst sei ich kaputt. Oh, das war knapp, ey. Okay. Ein bisschen Sorgfältige mit dem Muni umgehen. Ah, sie spawnen wieder. Ah, warte mal. Ist egal, jetzt riskiere ich viel mehr. Ich mache die Runden hier. nur noch hier auf dieser Seite. Ich muss dann schauen, wie das geht. Wenn sie hier dann spawnen, wenn ich so weit komme. Wenn überhaupt. Ja, sie spawnen schon wieder und ich habe keine Muni mehr. Was mache ich? Trulala. Ah, voll daneben, ey. Nur hier hinten, genau, habe ich ja gesagt. Oh, du musst weg, ey, Frau. Nein, da geht sie nicht weg. Oh, die Kriecher machen mich fertig. Ich sehe es kommen, ey. Oh, nein, ich komme wieder vor. Vor, vor, vor. Okay. Oh, sie sind zu nah. Ja, sie sind sowieso bald fertig. Ich habe keine Muni mehr. Ja, es ist zehn. Ja, ich bin tot. Oh, genau das meinte ich, wenn sie hier spawnen. Haha. Jetzt spawnen sie wieder hier. Was habe ich hier? Noch ein? Oh, mein Gott. Es sind dort viele, ey. Wow, ey. Wow, ey. Ich habe gesagt, hier hinten, ja. Keine Muni mehr, scheisse. Scheisse, der Basse. Fertig. Keine Muni. Das ist, ey, habt ihr das gesehen? Warte. Das habe ich jedes Mal, seht ihr das? Keine Muni mehr. Musstig und zähl. Wow. Haha, wie Zwilling. Einneige. Ärsche. Ärsche. Ah, Leute, es ist fertig. Ich könnte jetzt noch Sentex kaufen oder so. Oder, warte mal. So. Oder geht gar nicht. Nein. Und ich darf keinen Taser kaufen. Das ist so. Nein, ich will nicht sterben wegen dieser Bodasuri. Nein, du. Das geht jetzt einfach nicht. Granatenwerfer. Samtex. Eindeutig. Ich will nicht so sterben. Nein, nein, du. Aber nicht mit mir. Ja, super. Boosh. 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 Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, na, na, na. Kann man das überhaupt punchen? Nochmals, na, 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 na. Na, 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 na. Ich habe dir das schon mal auch gezeigt. Billiard spielen. Uuu. Ups. Die Box ist gekommen. So, jetzt. RPG. Oder Granatabarfar Wann da? Nein! Fast! Nein! Schon wieder fast! Okay, jetzt geht's halt noch eine Weile, bis ich auf Null bin. Oh mein Gott! Bank ist zu! Bank ist zu! Schade, komm mal nicht hier rauf. Das wäre noch cool. Oder hier drinnen. Die Stadt ist schon sehr kompakt. Das ist schon extrem. Wie die Farm. Schön kompakt. Da ist die Reise total was anderes. Gut, es ist ähnlich wie Transit. So weitläufig alles. Gut, Transit ist natürlich viel weitläufiger. Aber trotzdem. Damit komme ich auch nicht aus. Wenn ich zu nahe komme. Dann habe ich das Problem. Schaden, seht ihr? Ich bekomme den Schaden. Ja, 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 ja. Ich bin so ungewohnt mit Ray und das Zeug zu spielen. Oh, jetzt habe ich jemanden getötet. Verzeiht! Mit einer falschen Waffe getötet. Man wird es immer langweiliger. Oh, ich auch. Klar. Ich kann noch spielen, bis ich keine Punkte mehr habe. Und dann ist es finito. Weil ich will jetzt nicht. Ich weiss jetzt auch nicht, ob er geschrieben hat. Nein, ich kann die M14 nur spielen, bis die RPG kommt. Und nicht nochmals. Ja, da bin ich auch froh. Nicht, weil es zu lange geht. Weil ich habe schon wieder einen Vorschlag. Also schon wieder. Ich habe einen Vorschlag mit der M14 zu spielen. Und mit der Olympia zu spielen, hier auf der Stadt. Und ich darf sie bunchen. Das ist auch ein sehr guter Vorschlag. Wie von euch alle. Solange es Alternative hat. Und für mich natürlich auch spielbar ist. Und nicht, dass ich dann nach zwei Runden schon das Zeitliche segne. Aber das sind ja zu 99% gewesen. Sonst habe ich es ja gleich geschrieben. Ja, wieviel mal kann ich noch hittern? Noch 10 mal? 12. Nein, etwa 12 mal. Aber das Zeug kommt einfach nicht. Ich darf die nicht aus den Händen geben. Oh mein Gott. Ja! Wie weit geht die? Nicht so weit, oder? Ja, doch auch. Im Multiplayer geht sie schon weiter. Schon einige Male gekillt worden. Ja. Kommt die Box. Ja, sie ist hier. Trulala, 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 der Kasperli ist wieder da. Nein, warum kommst du nicht? Gut, ich könnte nicht fertig spielen, wenn nichts kommt mit Muni. Mit RPG könnte ich auch nicht fertig machen. Ohne Munition. Ohne Munition. Gut, das ging jetzt noch ein bisschen. Aber... Ja! Wunderprächtig! Wunderprächtig! Oh Mann, ich muss wechseln. Okay, jetzt machen wir was. Äh... Gut, da bin ich vielleicht schon am Boden. Ich mache mal so, dass ich die Punchen werde dann später. Also gut, wenn der stirbt hier. Ja. Weil die hat auch nicht so viel. Muni! Ja, jetzt ist der kaputt. Okay! Jetzt mal schauen, wie ich das diegseln soll. Ah! Oh, das wird komisch, ey. Jedes Mal... Yeah! Was soll das? Jetzt, wenn ich so durch wechsle... Mann, ist das mühsam. Oh je, Mine! Oh je, Mine! Oh je, Mine! Okay, ähm... Was soll ich da machen, was? Äh, gut, jetzt kommen sie runter, das weiss ich. Seien es wohl sicher, ist sie kommen nicht mehr. Komm runter! Komm, wechsle mal! Ey, weg, 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 weg! Komm, ich kann mich auch bewegen, wenn ich so lange wechseln muss. Mann, ich kann mich auch bewegen! So, so geht's schneller zum Wechseln. Oh Mann, kommen da viele, ey. Geht's noch, ey? Warte, ich geh lieber wieder hier durch. So. Okay. Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Ja, die, die... Die merken nichts! Ah, sie kommen runter, ja, ja. Es ist viel zu schnell gegangen. Uhuhuhu! Mann, hey! Die haben Party! So. Okay. Ja, sie kommen, sie kommen! Schau, 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 schau! Ja, gut, gut! Nur kein Spawn habe ich so. Ah, hier will ich's nicht. Äh, ich muss dann Banschen gehen. Okay. Wenn ich so weit komme, dann ist gut, und sonst ist es auch gut. Okay, nochmal. Rinn, Rinn, Pferdchen, Rinn! Äh, nicht mich! Ah, Hilfe! Ja. Oh, jetzt Banschen, okay. Okay, ich habe bis jetzt nichts gehört, dass sie getroppt haben. Jetzt muss ich schauen, wie ich das machen soll. Ohne, dass die Bank offen ist, ist es schwierig. Rinn, 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 Rinn! Rinn, 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 Rinn... Rinn, 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 Rinn. Rinn... PV distributed now. Das war jetzt was von ich стен hier. Ohne welche. Ja, nach nichts geht's. Weiter geht's! Ja! Das machen wir das schon! zusammen holen hier. Ja, ich mache es wieder hier. Ich ziehe sie wieder hier zusammen. Da wird wieder geballert. Wow! Ah, das ist das Problem! Ups! Muss weg. Es ist ein paar neue. Ja, jetzt sind wir soweit. Jetzt mache ich das Risiko hier, weil das sieht schlecht aus für mich mit dem Moni. Ich riskiere lieber hier ein bisschen Rapetrain. Und die langsamen da. Das ist schon sehr gefährlich. Wow! Okay. Das nur weil ich hier die abschiisse und nicht dort drüben, so hätte ich viel mehr Zeit. Wechsle. Okay, ich gehe wieder dort drüber. Risikieren! Ja, das wird heiss jetzt. Es sind viele Kriecher. Ich muss weg. Nochmals eine Runde hätte ich nicht überlebt dort hinten. Ich höre nichts. Kein Trupp, ey! Kein Trupp! Gut, es geht ja noch eine Weile. Moment. 34. Uh, ich muss rüber, ich muss rüber. Es sind zu viele. Ja. Uh, sind das viele. Ah, ich bekomme nichts. Ah doch, ich höre was! Was? Nein, ey, was soll das? Ich komme nicht rein. Moment, ich muss hier durch. Ja! Es geht weiter, Leute, von heute! Wow! Ah! Das war jetzt was! Uh, jetzt hatte ich gedacht, jetzt ist es finito! Uh, das sind viele. Viele Scheisserchen dort, he? Muss ich aufpassen, dass sie nicht bei mir spahnen. Okay, ja, ja, schlag du nur! Da hast du was! Friss und stirb! Ah, lade, lade, braves Kind! So. Ich bleibe hier hinten, genau. Das ist eine Herausforderung, zusätzlich. Oder vielleicht nicht. Soll ich hier... Nicht gerade auf sicher, aber äh... Ein bisschen weiterspielen. 30. Ja, es würde mir noch gut tun, irgendwie, he? Hehehe! Ja, aber äh, es geht sonst etwas schon lange, jedes... ...jedes Scheisschen, das ich hier killen muss. Oh, oh! Ja, jetzt haben sie mich da! Das muss frei werden hier, so. Oh, oh! Oh, ich muss irgendeine Zelle, wäre ich am Arsch gewesen. Das muss weg hier! So, jetzt kann ich wieder rüber. Sonst habe ich keine Chance. Man, schaut mir das an! Nicht wo! Wie viel mal... ...halten die das aus? Ja, jetzt ist wieder die Frage, he? Da und da ist noch einer, okay. Komm zurück! Warte mal, ich muss den ein bisschen dahin locken. Mann, hey, schaut das an! Kopfschuss mal kurz. Schau doch das an, he! Ich verrecke ja fast, he! Braucht so viel! Sollte verboten sein, sowas, he! Unglaublich! Unglaublich! Das ist ja nicht normal, sowas! Wenn sie nicht über das Feuer laufen! Unglaublich, sowas! Okay, ich brauche eine Pause! Sooseli! Wieder zurück! In der Zombiewild! Was muss ich machen? Oh, ja genau! Mir ist noch etwas eingefallen! Ich hätte vielleicht RPG... ...rein switchern sollen! Oh, kann ich nicht mehr, he? Scheiss in der Base! Scheiss in der Base! Kaputt! Kaputt! Maxi Muni! Geht weiter! Jetzt hatte ich schon wieder ein bisschen Sorgen wegen der Muni! Muni Muni! Es ist so funny! Oh, nein, nein! Die dürfen nicht explodieren! annihilanzif practiker! Alles ist ja fertig! Scheisse! Warum so.. Ach du meine Fresse! Mann, die hat's nicht gekillt ! Ach du meine Frisse! Uuuuh! Hey, 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 hey! Oh, was tönt, was tönt hier unten? Aha, okay. Komm, mach, mach! Uuuuh! Ja, doch, ich will doch ein bisschen Reize haben, wenn ich dort hinten bin. Mann, das ist abnormal. Die sterben einfach nicht mehr. Okay, hier. So, ich will es wissen. Ich will es wissen. Fenster ist hier, ja. Okay. So kann ich nicht durch. Scheisse. So kann ich aber durch. Okay, wechsle. Ich könnte auch hier drin schon wechslen. Dann brauche ich nicht zu viel Zeit. Schaut mal den an vorne. Unglaubliches Tier. Der Knick zu vorne. Ein hartes Viech, ey. Uuuuh! Hey, wo ist das jetzt passiert? So cool, ey. Ohne mein Zutun sterben die nach mir weg. Oh, das war ein bisschen nah. Das habe ich nie. Das werde ich wahrscheinlich nie im Griff haben. Äh, warte mal. Noch einer. Warte mal, jetzt bin ich am überlegen, ob ich die RPG nochmals nehmen soll. Soll ich mal probieren? Warte, 31 ist genug? Ich denke genug, hä? Wir werden dann sehen, ob ich einen Fehler gemacht habe. Aaaaaaah! Ah, fertig. Gut, 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 gut. 29? Hat jetzt auch nicht gedacht, du ehrlich. Ehrworte! Und kaum sage ich, jetzt bin ich am Boden, hä? Was ist mir so vielmal passiert? Ich weiss auch nicht, warum. Ah ja, ich wollte ja was machen. Nein, aber das mache ich nicht beim Frischinspaan. Das mache ich nicht, dort hinten zu sein. Dann muss ich zuerst einen Lauf ausprobieren, hier. Sooseli. Ich gehe nochmals kurz hier und mache da einen Lauf noch. Das ist zu riskant. Jetzt gehe ich nach oben. So. Jetzt gehen wir hier drüben hin. So, zweimal. Sein Spahn zwar wieder, aber ich mache es trotzdem. Ich riskiere es. Ich bin ein mutiger Zombiespieler. Blödsinn, schnurre. Blödsinn, Geschwafel. Mann, seht die Frau anhe. Steinhart. Titanmässig, du. Titanmässige Frau. Du bist aber jetzt trotzdem tot, du Titanmässige Frau. Na gut, wie können die dann sterben, wenn sie ja schon tot sind, oder? Blödsinn. Ah. Was gibt's? Oh, nice. Oh. Noch nicer. Oh, noch viel nicer. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Nochmals eine Bombe. Oh nein, schön. Uhuhu. So geht's rund. Das gefällt. Oh, ich wollte ja hier durch. Oh mein Gott, sie spannen an euch, Idiota. Idiota. Oh mein Gott, das ist ganz krass hier. Uiuiui. Uiuiui. So, Auseli. Komm, Zerstörer, lade. Der geht ziemlich schnell. Aufpassen. Uh, very nice. Oh mein Gott, seht das an. Oh mein Gott, wie die hier rumwatscheln, dort wie Imtchen. Moment. Hey Mann, die sterben nicht. Oh, warte. Aber... Man das lag... Seit der sie gebadscht haben... lag es noch mehr. Es lag auch das Zombiespiel jetzt, wo sie jetzt ge... äh, gebadscht haben... Was sag ich? Gebadscht haben, meinte ich. Natürlich. gütterlich. Das finde ich etwas schwach von denen. Das lag mehr als funktionieren. Schlecht. Überaus Schlecht. Ich hatte das nicht. Diesen Gameplays, die ich bevor dieser Batch gekommen ist, für Version, was war jetzt das? 10 oder 30 10.1. Hatte ich das Problem. Oh, da kann ich ja nicht durch. Hatte ich das Problem noch nicht so extrem. Vielleicht habe ich kein Problem jetzt mit dem, äh, mit Transit, oder? Vielleicht geht das auf einmal so gut. Wie werden Sie? Ich werde sowieso dann bald mal ein Transit-Spielchen machen. Da ich schon wieder mal Lust habe und auch angefragt worden bin, äh, der Vorschlag. Nur mit Pistole. Das macht sicherlich Spass. Nur habe ich kein Geld mehr auf der Bank. Als ich es nochmal versuchte, friert es nochmal ein und dann bin ich, bin ich verarmt. Ah, der kann mal so sagen. Ähm. Oh, wow. Hier hast du einen Kuss von mir. Boah. Bös explodierte. Nein, eben, bei Transit, ähm. Uuuuuh. Uuuuh. Hey, Mann. Geht's dem noch? Auf dem Kopf. Jetzt. Jetzt. Ah, okay. Mann, das ist unglaublich, was der erträgt. Äh, ja. Oh nein, RPG hätte ich vielleicht nehmen sollen. Jetzt wird's wieder knapp mit dem, mit der Muni. Ja, hoffen wir das Beste. Eben, Transit, äh, muss ich bis 18 kommen. Bis 18 kommen. Uuuuh. Bis 18 kommen. Nur mit Pistole. Das wird, das wird Spassig. Und ich habe nichts mehr auf der Bank. Ja, genau. Jetzt weiss ich wieder, was ich sagen wollte. Oh mein Gott, das war nicht intelligent. Ist so nah. Ja. Aber das war intelligent. Okay, da bleiben sie dort hinten. Da kommt, kommt ihr wieder hier zu mir zurück. Ähm. Ja, vielleicht geht bei mir Transit wieder von diesen Badges. Updates und so weiter und so fort. Weil, sie machten auch Badges ohne solche Notes. Dass man nicht wusste, was. Das habt ihr ja sicher gesehen. Wenn ihr auf einmal eine andere Version habt. Über Steam. Das seht. Oh, das wird gefährlich hier, he. Dann wisst ihr ganz genau, dass, äh, das neuerdings ein, ups, neuerdings ein, so ein Badge gekommen ist. Aber sie machen keine Notiz dazu. Und, äh, wenn sie ï's von uns das dann hinbekommt. Hey. Птätigkeit dcomp. Hey, laden, laden, laden. What. Oh, zu spät. Und sobald das irgendwie wieder eine neue Version draufhat, kann das Spiel einfach wieder total anders sein. Ich schmeisse schon ein bisschen zu fess mit meinem Munition herum. Jetzt wird es wieder knapp. Aber ich will auch ein bisschen vorwärts machen. Es geht sonst nicht vorwärts. Oh mein Gott, seht mal das an. Die bleiben einfach leben. Das ist Wahnsinn. Die leben und leben und bleiben leben. Weg, weg, was soll das? Ah, ein Kriecher war das. Mein Gott, ey. Ja, ich bin wieder fertig mit Muni. Muni, Muni, oh genau das dachte ich mir. Ah. Oh nein, nicht schon, oh. Ja. Nein, was ich sagen wollte eben. Wenn es jedes Mal ein Badge gibt, dann weiss man ja nie, was wieder verändert, wenn sie keine Notiz hinterlassen. Okay, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich wünsche euch und tschüss.